Ich bin sehr dankbar, den Film heute sehen zu können. Ich habe erst vor 14 Tagen davon erfahren, dass es ihn gibt. Und was mich sehr berührt hat in meinem Herzen, ist, wie viel nonverbal auch passiert. Also wenn man so ein bisschen ein Gefühl für das byzantinische Mönchtum hat, dann spürt man ganz viele Dinge noch in dieser Begegnung mit den Mönchen des Klosters, die jemandem auf den ersten Blick vielleicht verborgen bleiben. Das war für mich sehr, sehr wertvoll.